Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Martin gegen Excel. Heute Vergleichsoperatoren. Ich möchte mit Ihnen in der kleinen Funktion zählen, wenn mal Vergleichsoperatoren und das Verketten anwenden, das wir in der letzten Lektion gelernt haben. Falls Sie die noch nicht gesehen haben und sich damit nicht auskennen, würde ich die Lektion davor noch einmal empfehlen. Gleich, zählen wenn, Bereich, das ist ja alles noch normal, wie wir es vorher gekannt haben. Ich drücke mal die F4-Taste für später. Semikolon und jetzt haben wir ein Suchkriterium eingegeben mit der zählen wenn Funktion. Jetzt möchten wir aber vergleichen mit einer Zelle, die eventuell veränderlich ist. Dieses geht nicht, dass wir direkt reinschreiben, gleich und dann die Zelle D2 anklicken. Wäre ja praktisch und schön, aber dann hat Excel erstmal Probleme. Und das ist dann unser Problem. Das möchte ich auch nicht und daher lösche ich mal den Kram. Jetzt wende ich einfach Folgendes an. Wenn ich jetzt Anführungszeichen setze, heißt das nicht nur, ich kann da Text reinschreiben, sondern auch einen Vergleichsoperator. Und in der ersten Zeile, die wir hier bearbeiten, gleich, wieder Anführungszeichen. Und dann verketten wir das Ganze, in diesem Fall mit der Zelle D2. Auch mal eben Absolut setzen, Klammer zu. Enter-Taste, die 1. Nochmal, gleich, zählen wenn, B3 bis B8, Semikolon, Suchkriterium, Anführungszeichen. Und jetzt nehme ich mal Ungleich, Anführungszeichen. Und D2. Klammer zu. Hintertaste. Fünfmal kommen dort Zahlen vor, die nicht gleich 30 sind. Und jetzt bediene ich mich eines Tricks. Und zwar Auto ausfüllen. Ich gehe mal runter. Da ich ja hier die beiden Bereiche absolut gesetzt habe, habe ich kein Problem. Jetzt brauche ich im Grunde nur noch den Operator hier ändern. Und hier haben wir das kleiner Zeichen. Nochmal. Ich kopiere hier nach unten mit dem Auto ausfüllen. Und Sie sehen, alles wunderbar gelassen. Ich muss nur noch einen kleinen Bereich ändern. Es spart jede Menge Arbeit, wenn man ähnliche Formen oder Funktionen hat. Das ändern wir jetzt um. Größer. Es gibt nur drei Zahlen, die größer sind in dem Bereich. Das ist die 30. Gleiches Spiel hier. Das ziehe ich wieder runter. Gleich zählen, wenn. Klammer auf. Bereich. Und hier möchte ich größer, gleich anwenden. Also größer und gleich. Da kommt eine 4 raus, weil er alle Zahlen, die größer sind. Zählt da zusammen, so viele gibt es. 3 plus zusätzlich die 30, weil wir gleich genommen haben. Und der Umkehrschluss. Und der Umkehrschluss. Kleiner gleich. Zählen, wenn. Bereich B3 bis B8. Kleiner oder gleich. D2. Dreimal. Das war's schon. Ich danke Ihnen fürs Zusehen und fürs Zuhören. Freue mich, wenn Sie mich bei Fragen oder sonstigen kontaktieren oder mich unterstützen wollen. Hier ist die E-Mail-Adresse. Und natürlich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, mir ein Däumchen hoch geben und das Klingelchen anklicken. Bis zum nächsten Mal.